Jetzt ist es so glücklich. Unter Wasser auf mich. Lichtig sinnvoll am Lachen. Das ist einfach die Geste immer, die Zelt. Spuck auf deine Geste. Du wirst sterben. Das ist Karma, Bruder. What the fuck? Wow, 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 wow. Ganzer Zug, Alter. Da kommt noch mehr. Das sind die Nachzügler. Alle 60er, Alter. Ja, der kann raiden. Schitter P. Voll die Flugschneise. Das ist der Wahnsinn. But first, let me take a selfie. Da kommt nicht mit mir. Ich kann ein Safingern-Raiden machen. Nein. Ja, die fliegen wahrscheinlich, äh, brennt die Steppe sich in die Schlucht. Ist der gerade durch die Wand? Jupp. Ja, wir haben drei gequests, oder was? Ja, ja, wir haben drei gequests. Let's go. Ach, das sind? Ja, ich gehe leider über uns gequests. Bis zum nächsten. 20. 20. Sorry. Das war der Energy. Okay. Alter, what the fuck? Ich habe auch schon eine Arbeit gemacht. Was hast du eine Arbeit gemacht? Hand angelegt? Okay, weird. Ich bin komplett überfordert. Alter, ich sterbe jetzt. Wie schlecht war das? Zwei Becken, ich kann das nicht händeln. Wie weißt du, wenn ich ein Discord habe, dann kriege ich mit meiner Community zusammen Tag kappelig. Weil ich schon ein Themen rede. Äh. Und ganz bestimmt. Mit meiner Community viel Spaß habe. Essen gehen und gucken, was es da aussieht. Wollt ich nicht essen gehen zu essen? Wollt ich zum Sterne? So ein bisschen Rosebeef-Müchel in die Pizza. Schaff ich den Aufzug? Ja. Leute, es gibt einen Blick-Runderspringen. Überlebt mir das runterste Springen? Keine Ahnung. Nee. Oh mein Gott. Nee, überlebt man nicht. Oh nein. Oh, wo bin ich denn gezogen? Ihr könnt doch, äh, Zehn-Finger-System, oder? Ja. Wenn's mal schnell gehen muss, dann gibt man einfach Sexy-Stewardess ein. So, und wie schreibt man das jetzt mit dem Zehn-Finger-System? Wenn's mal schnell gehen muss. Alter, die Bilder sind gar nicht mehr so. Nein, wie du die schreibst. Du schreibst sie ja nur mit einer Hand. Es ist schon nicht schlecht. Das kann man relativ schnell runter-tippen. Oha, Manu, alter. That's the point. Das ist schon nicht schlecht, irgendwie. Wuhu. Ey, good call. Ich muss vorhin auch schnell holen. Nimmst du immer einen guten Löffel, einen halben Löffel oder einen gehäuften Löffel? Mit der Messeinheit, die da drin ist, also mit dem Messbecher. Ja. Vorgeschrieben Team 2. Und... Nö, tschüss. Okay, bei Level 8 ist es ein bisschen anders. Da steht ein glattgesprichener Löffel, glaube ich, ne? Ja, und der reicht mir sogar. Bei manchen ist es tatsächlich auch ein bisschen too much. Da löst sich eigentlich komplett das Problem. Das ist ja das Krasse, da steht bei Run-Termit dabei, da steht zwei Löffel aus. Mit der Messeinheit. So, ja gut, wenn ich einen gehäuften mache, ist es wieder mehr als zwei, ne? Das Problem ist ja dann auch, wenn du jetzt, du hast ja diese Messeinheit ja im Becher. Wenn du aber jetzt keine Messeinheit hast, sondern bloß eine Axteinheit, dann musst du das ja komplett umrechnen. Also, schwierig. Da war auch schon wieder so einer. Ja, wir stehen schon sehr viel Stoff, ja. Also, bei mir geht die da schon durch. Beim Zauberstamm. Durch, die Gegner durch, ha? Achso, ja, ja. 1000 Nadeln. Ich frage mich, wie die immer auf die Namen kommen von den Gebieten. Hm, Leute, was kann man für einen Namen nehmen? Ah, 1000 Nadeln. Es war bestimmt so ein Rentner, der hatte Langeweile und hat seine Nadeln durchgezählt, die hat. Dann hat er 1000 Stück insgesamt gehabt und hat es der ganzen Arbeit erzählt. Dann haben sie sich gedacht, dann können wir das Gebiet 1000 Nadeln. Das war viel komplizierter als ein Rentner-Cut. Den wussten sie nicht, was sie programmieren lassen sollen. Also haben sie gesagt, okay, pass auf, du kriegst eine Aufgabe. Hier, das Gebiet. Du entscheidest Witz. Oder die haben 1000 Nadeln in den Rentner reingesteckt. Oh, Alter. What the fuck? Da heißt es immer, ich bin komisch, weißt du? Mhm. Auf der Arbeit wurde mal so gefragt, würdet ihr für eine Million Familienmitglied umbringen? Ich habe nicht Familienmitglied verstanden, sondern eine Familie mit Kind. Und ich dachte, das ist safe. Mir knallt der Level ab noch. Noch habe ich noch nicht meinen zweiten normalen Energy gebraucht. Ich hätte nicht den zweiten trinken sollen. Ich habe so jetzt rossen. Das ist zu much. das ist genial. Also, das ist, wer früh in dieser지 geht. Entschuldigung? yt